Wir hoffen, euch gefällt unser folgendes Top 5 Film Ranking. Bitte schreibt uns euren Favoriten in den Kommentaren und abonniert unseren Kanal, um nie wieder einen guten Film zu verpassen. Nummer 5 Da lobe ich mir viel Ding. Hat mir Leidenschaft. Keine Stärkisse anvertrauen. Etwas unvorstellbar Schreckliches. Briony hat ihn gelesen. Es war ein Versehen. Kein Mensch sollte ihn je lesen. Nein. Was hat sie sich denn jetzt vor? Sie hat keine Ahnung. Seit Wochen geht das so. Du weißt, was ich meine. Du hast es vor mir gewusst. Wieso weinst du? Hallo, Cecilia. Du solltest die Polizei holen. Du hast ihn gesehen. Ganz recht, das habe ich. Briony! Ich weiß, dass er es war. Weißt du, dass er es war? Oder hast du ihn gesehen? Ja, ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn mit eigenen Augen gesehen. Ich würde nicht alles glauben, was Briony so erzählt. Ich liebe dich. Komm zurück. Komm zurück zu mir. Ich warte auf dich. Komm zurück. Ich werde zurückkommen. Ich werde dich finden. Meine Tat war schrecklich. Ich erwarte nicht, dass du mir vergibst. Man wüsste nie, ob er je zurückkehren würde. Es tut mir furchtbar leid. Ich schrecklich im Kummer, ich euch zugefügt habe. Lügner! 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 Es ist nämlich so, ich muss zurück. Ich muss zurück, wissen Sie? Denn alles, was wir haben, auf diesem einen Moment in der Bibliothek vor dreieinhalb Jahren beruht, bin ich mir nicht sicher. Aber irgendwie weiß ich nicht, ob du kannst rein zu mir. Nummer 4 Hier steht, Sie haben einen Ordner erhalten. Und da lassen Sie sich auf einen Außenposten schicken? Ich wurde auf meinen eigenen Wunsch hinversetzt, Sir. Wieso? Ich wollte schon immer den Westen kennenlernen. Sie wollen den Westen kennenlernen? Ja, Sir. Bevor es ihn nicht mehr gibt. Hier ist überhaupt nichts, Lieutenant. Alle sind abgehauen oder verreckt. Was ist mit den Janern? Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Du wirst gehängt. Untertitelung des ZDF, 2020 Nummer 3 Daniel wurde auch das Schiff der Träume genannt. Und das war sie auch. Das war sie wirklich. In Ordnung. Jetzt öffnen Sie die Augen. Wuhu! Legt euch ein bisschen ins Zeug. Wir brauchen volle Leistung. Ich habe alles, was ich benötige, bei mir. Das Leben ist ein Geschenk und ich habe nicht vor, etwas davon zu verschleudern. Wuhu! Man weiß nie, was man als nächstes für Karten kriegt. Man lernt, das Leben so zu nehmen, wie es gerade kommt. Wenn das Schiff anliegt, werde ich mit dir von Bord gehen. Gott, da ist es. Es ist soweit. Halt dich fest. Oh Gott. Oh Gott. Und lass nicht meine Hand los. Ich verspreche es. Nummer 2 I'm looking for someone. Comrade Doctor, I need a medical officer. Are you a nurse? Yes. Then help me. You know, you often look at me as though you knew me. I have seen you. Yuri, there's an extraordinary girl. I know, I'm dancing. What happens to a girl like that when a man like you has finished with her? I give it to you. If only there was someone to look after you. Of course, if there were, I'd be destroyed by jealousy. Don't. We've not done anything you'll have to lie about. Goodbye, Zhivago. Oh Lord, this is an awful time to be alive. No, no, no. What are we going to do? I don't know. Wouldn't it have been lovely if we'd met before? I think we may go mad if we think about all that. I shall always think about it. Number 1 Gone with the Wind Gone with the Wind has captured the imagination and acclaim of the entire world. The screen has never known a love story to compare with this. When Rhett Butler meets Scarlett O'Hara. I love you more than I've ever loved any woman. And I've waited longer for you than I've ever waited for any woman. Leave me alone. Kiss me once. Can't we ever forget that day at 12 Oaks? Don't you think I could ever forget it? Have you forgotten it? Can you honestly say you don't love me? No, I don't love you. It's a lie. Well, even if it is a lie, do you think I'd go off and leave Melanie and the baby? I'm not cornered. And you'll never corner me, Rhett Butler. Oh, frighten me. You've lived in dirt so long, you can't understand anything else. And you're jealous of something you can't understand. Good night. It's not that easy, Scarlett. You turned me out while you chased Ashley Wilkes, while you dreamed of Ashley Wilkes. This is one night you're not turning me out. A love affair you'll remember as long as you live. Filled with all the fire and fury of the times in which it happened. Gone with the Wind. First picture to win ten Academy Awards. The most honored, the most talked about motion picture in all film history. Seid ihr mit unserer Liste einverstanden? Bitte lasst es uns in den Kommentaren wissen und für weitere Top 5 Filmvideos vergesst nicht, Community TV zu abonnieren. 10. 10. 11.